Peggy 16 Oh, was für eine Ehre! Gestatten von Daniel. Auf gute Zusammenarbeit. Laut unseren Informanten hat das Ghalemald in einen handfesten Bürgerkrieg gestürzt. Es wird sogar schon gemunkelt, dass das Kaiserreich kurz vor dem Zusammenbruch steht. Lang ist's her. Ich weiß, ich weiß. Aber ein Prozess, dem selbst die Allager nicht Herr werden konnten? Aber ich wäre nicht Matoja, wenn ich das nicht im Handumdrehen erledigen könnte. Und da wäre auch noch Xenos. Der Mann, den selbst der Tod nicht so bändigen vermag. Was ist das? Ein Turm? Und wollen wir festen Schrittes gegen Zukunft schreiten, dürfen wir ihn keinesfalls außer Acht lassen. Diesen Primae, der von dem Wunsch zehrt, seine Welt zu retten. Wir werden dir deine Erinnerung entlocken. Was immer uns auf dem Weg steht, wir werden nie die Hoffnung verlieren. Wie kannst du sowas sagen? Warum denkst du überhaupt so? Wir sind grundverschieden. Ihr und die Ursprünglichen, ihr seht euch nach dem Leben. Und ich. Deine Zeit nähert sich dem Ende. Auf Wiedersehen am Postel des Lichts. Sieht euch aus. Vielen Dank.